In der Notaufnahme trifft das Ensemble eines Mittelaltermarktes ein. Weil der 27-jährige Jens Lohmeier bei einem Ritterkampf aus bisher ungeklärter Ursache zusammengebrochen ist und sich verletzt hat, wird er von seiner Freundin und einem Kumpel gestützt. Herr Lohmeier, was ist denn passiert? Wir übertreiben es ein bisschen. Wir haben gekämpft beim Ritterturnier und da machen wir so Showkämpfe. Ich hatte jetzt einen Gegner, den ich noch nicht wirklich kannte bzw. nicht gesehen habe. Und der hat mir halt, der war halt ganz gut, nicht so gut wie ich, ist klar, aber der hat mich halt gut erwischt. Und bei der Hitze vielleicht ein bisschen bin ich getrunken. Da bin ich dann über mit Steinem aus. Du hast ja auch Atem und du bist doch zusammengeklappt da. Ja, nicht. Ich spiele das jetzt nicht runter. Also umgekippt sind sie, ja? Ja. Wir machen einmal kurz ein EKG. Und die Atemnot, die ist auch oft sonst da. Also das ist nicht das erste Mal jetzt und nicht in der Rüstung unbedingt. Als ich gehört habe, dass Herr Lohmeier auch Kreislaufprobleme hatte, habe ich das natürlich erstmal mit diesem Ritterkampf in Verbindung gebracht. Er hatte eine schwere Rüstung an, die den Körper auch irgendwie einschnürt, wodurch man nicht richtig atmen kann. Und wenn es dann noch dazu warm draußen ist und man vielleicht nicht genug getrunken oder gegessen hat, kann das schnell mal zu Kreislaufproblemen führen. Und das war auch der Grund, den ich zuerst hinter seinen Problemen vermutet hatte, was sich letztendlich jedoch als falsch herausstellen sollte. Aber Sie kämpfen jetzt nicht mit Waffen oder sowas? Nein, nein, nein. Das ist nicht gefährlich. In dem Sinne ist alles einstudiert im Prinzip. Also so ein bisschen Rollenspiel. Genau. Okay, alles klar. Ein Rollenspiel, das den 27-Jährigen in die Klinik gebracht hat. Doch statt sich sorgen, um seine Gesundheit und den Grund für seinen Kollaps zu machen, zerbricht Jens sich noch immer den Kopf über das verlorene Duell gegen den unbekannten Kontrahenten. Man war gerade so gut dabei und jetzt passiert halt so ein Mist, was keiner braucht. Das ist halt echt nervig. So, Achtung. Also, Herr Lohmeier, das ist auf jeden Fall von außen nur eine Schürfwunde. Ja, seit 95 und seit die Gong ist. Zeta ist halb so wild, habe ich doch gesagt. Ich muss einmal... Ich muss einmal das abchecken. Ich muss auch einmal die Bewegung testen. Ich würde mich viel mehr interessieren, wenn wir da zum Gegner, weil das war irgendwie alles ein bisschen... Wobei dich mal einer besiegt hat. Ja, einer, den ich nicht kenne, einer, der maskiert ist. Also, das ist schon... Ja, aber den ich nicht mehr hast, weil ich mal von vorhin... Obwohl er wegen Kreislaufprobleme und vor allem seinem kaputten Knie zu uns in die Notaufnahme kam, war eigentlich das einzige Thema, was ihn interessiert hat oder was ihn wirklich gewurmt hat, dass er gegen diesen unbekannten anderen Gegner im Ritterkampf verloren hatte. Und das hat ihn wirklich gestört. Und das war auch eigentlich das einzige Thema, was ihn in dem Moment beschäftigt hat. EKG ist schön. Da ist alles unauffällig. Bei so einer Hitze kann das auch einfach mal ein bisschen Kreislaufgewesen sein. Ja, da gehe ich auch stark von außen. Ich schicke sie trotzdem einmal ins Röntgen für das Knie, weil Röntgenblick habe ich nicht. Und wenn da jetzt innen drin... Das kann auch ein Mini-Bruch sein, den Sie gar nicht so jetzt mitbekommen. Ist einfach sicher. Wir schicken sie einmal kurz ins Röntgen und dann komme ich nachher nochmal und gucke mir die Bilder an. Wenn das sein muss, dann... Ich mache gerne noch das EKG ab. Das ist eine Schwürfung. Ja, jetzt kommt es. Während der Hobbyritter auf die Radiologie gebracht wird, trifft in der Notaufnahme dessen zehn Jahre jüngerer Bruder ein. Auch Benni Lohmeier ist Rollenspieler, konnte am heutigen Event aber aufgrund von Magenproblemen nicht teilnehmen. Was machst du hier wegen deinem Bauch? Ich dachte, du bist krein und bist im Bett. Ja, warum das gehört, habe ich doch meinen Bruder. Da bin ich natürlich hierhin, habe mir schon was übergezogen und... Geht's dir jetzt ein bisschen besser. Was ist los? Alles gut. Was ist? Weil irgendwas scheinen Sie ja zu haben, ne? Darf ich mal einmal gucken? Das ist alles okay. Weil so zuckt man nicht zusammen, wenn man nichts hat, ne? Mal schauen. Was ist passiert? Was haben Sie denn da gemacht? Ich bin eben doof gegen Türrahmen geknallt. Okay. Ich war am Handy und habe es nicht so gesehen, aber ist halb so wild das Ganze. Der Bruder von Herrn Lohmeier, Benni Lohmeier, betrat die Notaufnahme und er wollte sich nach seinem Bruder erkundigen. Und im Verlauf haben wir festgestellt, dass er eine Verletzung am Arm hatte. Und da dachte ich, da sollte doch mal unsere Ärztin einmal drauf schauen. Viola, kannst du einmal kommen? Ich habe hier noch einen Patienten. Das sieht echt schlimm aus. Hallo, schönen Tag. Hallo. Schau mal. Hey, was ist mein Name? Hallo, Vorsicht. Ich sehe schon. Er sagte schon, nee, ist nichts. Sie gehören jetzt auch zu dem Patienten? Ja, das ist der Bruder von meinem Freund. Ach so. Okay. Was haben Sie da gemacht? Darf ich mal sehen? Ich war am Handy gewesen, habe kurz nicht aufgepasst, bin halt dann bei uns im Haus gegen Türrahmen halt geknallt. Ja. Ziemlich ungünstig. Ja. Also ganz ehrlich, das sieht nicht so aus wie einfach mal gegen den Türrahmen geknallt. Der sieht halt echt heftig aus, da müssen wir sonst nichts dran machen. Einfach ein bisschen ruhig stellen, tut ja weh. War da was, weshalb Sie sich besonders beeilen mussten? Nein, nein. Alles gut. Ist Ihnen komisch geworden sonst irgendwas? Ich habe allgemein jetzt ein bisschen mit dem Magen zu tun, so. Ich habe ein Geschwür eingeholt, aber ansonsten nichts. Deswegen lag er halt auch schon krank im Bett und vielleicht solltest du das auch mal untersuchen lassen. Wie ging es so schlecht? Wegen dem Magen? Ja, genau. Magst du dann vielleicht rausgehen kurz dann, bitte? Okay, warum? Ja, einfach muss jetzt nicht so. Ist ja auch viel zu eng hier. Also von daher. Ja. Ich habe seinen Magen abgehört und auch abgetastet und da haben sich für mich keinerlei Hinweise auf eine Magenverstimmung oder irgendwas, was in Richtung Blinddarm gehen könnte, ergeben. Er hat dann auch revidiert und alles zurückgenommen und gesagt, die Schmerzen wären gar nicht mehr so stark, weshalb ich ihn dann auch guten Gewissens nach Hause gehen lassen konnte. Soweit können Sie sich auch schon wieder hinsetzen? Wie? Was machst du hier? Ähm, ja. Mit den Hauchschmerzen läst du jetzt ins Krankenhaus oder was? Ja, ist wieder besser geworden. Wie sieht es denn bei dir aus? Weil ich habe gehört. Wir kommen mal vom Röntgen. Wir gehen rüber, ne? Wir gehen einfach einmal rüber. Aber als Herr Lohmeier aus dem Röntgen zurückkam, konnte ich erstmal Entwarnung geben. Das Knie war völlig gesund. Da war kein Bruch zu sehen. Keine schlimmen Einblutungen oder Bänderrisse. Und mit ein bisschen Schonung kann er das auf jeden Fall schnell wieder auskurieren. Einfach eine Woche oder zwei ein bisschen schonen. Jetzt nicht so volle Kanne. Eine Woche oder zwei? Ja. Sie dürfen auftreten. Sie dürfen auch laufen. Sie kriegen keinen Gips. Sie kriegen gar nichts. Da ist nichts gebrochen. Aber einfach, dass Sie jetzt nicht volle Kanne Gas geben und super trainieren jeden Tag. Vielleicht auch Ihre Schwertkämpfe da ein bisschen eindämmen. Ja, wir haben aber am Wochenende zwei wichtige. Das geht einfach nicht. Ja, das gehen wir irgendwie hin. Irgendwie. Wer soll denn den Ersatz machen? Ich kann gerne völlig einspringen. Ich weiß auch nicht was. Ja, genau. Du kannst das nicht. Ja, mit deinem Arm. Was ist denn jetzt? Wie mit deinem Arm? Ich denke, du hast Magen gespielt. Gegen Türrahmen noch geknallt wird morgen. Mein Handy am Schreiben und dann... Zeig doch mal. Was ist denn das für ein Hemd? Ja, ich hab das eben schnell rübergezogen. Das hast du eben schnell rübergezogen. Du ziehst ein Schwertkampfhemd einfach mal eben schnell rüber, oder was? Ja, ich wollte mir schnell was angeschoben, um vorbeizukommen. Was ist los? Warst du das etwa, oder was? Nein! Bist du verrückt? Keineswegs. Der 27-Jährige hat tatsächlich gerade seinen kleinen Bruder als den maskierten Ritter entlarvt, gegen den er den Kampf verloren hat. Unklar bleibt allerdings, warum der 17-Jährige sich nicht zu erkennen gegeben hat. Eine Antwort darauf gibt es zunächst nicht. Denn im Schockraum entwickelt sich ein weit größeres Problem. Ich brauche Hilfe. Herr Lohmeier. Herr Lohmeier. Herr Lohmeier. Was ist los jetzt? Sie legen sich einmal hin. Alles gut, Herr Lohmeier. Ich mach dir das mal ab. Wir ziehen einmal das Hemd raus. Alles okay. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Dann auf einmal eine relativ starke Atemnot und beklagte auch Schmerzen auf der linken Brustseite. Da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen, weil das die Symptomatik für einen Herzinfarkt sind. Und gerade in Verbindung mit den Beschwerden, die er vorher geäußert hatte, war es wirklich eine kritische Situation für uns, weshalb wir direkt ein 12-Kanal-EKG geschrieben haben und seine Vitalparameter wie Sauerstoff und Puls und Blutdruck überprüft haben. Das kann von einer Panikattacke bis im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt. Kann das alles. Herzinfarkt? Alles gut. Wir warten jetzt erstmal das EKG ab. Scheiße, ey. Ach komm. Nein, nein, nein. Warten Sie draußen? Ja. Ja. Ich konnte Benni wirklich gut verstehen. Er war so aufgeregt und hat den Raum verlassen, weil er dachte, er wäre schuld jetzt an dem Anfall, den sein Bruder gerade hatte. Das sieht in meinen Augen ganz gut aus. Okay. Also das sieht nicht danach aus, als wenn Sie eine Herzrhythmusstörung hätten oder einen Herzinfarkt. Das kann man nicht zu 100 Prozent im EKG ausschließen, aber meistens sieht man es im EKG. Dann würde ich diese Hebungen hier drin sehen, ja. Ich mache trotzdem mal ein Herzecho. Das ist ein Ultraschall vom Herzen. Okay. Erst wenn auch diese Untersuchung keine Auffälligkeiten zeigt, kann endgültig Entwarnung gegeben werden. Doch Assistenzärztin Viola Greve hat leider keine besonders guten Nachrichten für den 27-Jährigen und dessen besorgte Freundin. Herr Lohmeyer, ich sehe da ein bisschen was an Ihrer Hauptschlagader, an der Orta. Das kann man aber hier auf dem Ultraschall nicht zu 100 Prozent sagen. Deshalb würde ich sagen, dass wir Sie stationär aufnehmen. Sie müssen hier bleiben und hier schlafen für eine Nacht. Und dann machen Sie ein Cardio-MRT. Also ein MRT vom Herzen. Das tut nicht weh, das ist einfach nur Bildgebung. Das dauert aber relativ lange und ist relativ aufwendig. Deshalb müssen wir Sie dafür stationär aufnehmen. Welche Auffälligkeit sich auch immer an der Hauptschlagader des jungen Rollenspielers findet, sie ist höchstwahrscheinlich die Ursache für den Zusammenbruch während des Ritterkampfes. Schon früh am nächsten Morgen gibt es endlich Gewissheit für alle Beteiligten. Hallo Meier, Sie sind ja auch schon da. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Wir wollten eh gerade zu Ihnen, Bruder. Wollen Sie mitkommen? Lieber nicht, der ist bestimmt wahnsinnig sauer auf mich. Ich möchte lieber draußen bleiben. Ja? Ja sicher, Sie können auch ruhig noch kommen. Danke, wenn Sie nicht. Ja. Alles klar. Lieber nicht. Alles klar. Dürfen wir reinkommen? Ja klar. Hallo Meier. Wir wollten gerne die Ergebnisse umsprechen. Genau. Die MRT-Bilder sind da. Okay. So, und zwar haben die auch was gezeigt. Jetzt weiß ich wenigstens, was mit Ihnen los ist. Ja. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, dass ich glaube, dass was an der Hauptschlagader, an der Aorta ist. Und Sie haben ein Aneurysma. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist im Endeffekt ist das eine Aussackung vom Gefäß. Und da kann sich dann das Blut sammeln und wenn das in dieser Aussackung sich sammelt, dann kann das natürlich nicht mehr durch den Körper fließen und das Blut fehlt Ihnen irgendwo. Und das kann dazu führen, wenn Sie sich jetzt besonders anstrengen und das Herz stärker pumpt, dann wird diese Aussackung immer weiter ausgedehnt sozusagen. Und dann haben Sie zu wenig Blut für Organe, Muskeln, Gehirn, sonst was. Und dadurch kommen diese Synkopen. Also wenn Ihnen dann schummrig wird, wenn Sie umkippen, wenn der Puls in die Höhe geht, um das zu kompensieren. Sein Glück ist, dass der Radius, der Durchmesser von diesem Aneurysma nicht so groß ist. In dem Stadion muss man nichts machen, er muss nicht operiert werden. Er muss sich jedoch regelmäßig bei seinem Hausarzt vorstellen, der einfach kontrollieren muss, wird das Aneurysma größer, weil man dann gegebenenfalls Medikamente geben muss oder ihn vielleicht sogar operieren müsste. Wenn das schlimmer und größer werden sollte, dann kann man überlegen, das zu operieren, da einen Stand reinzusetzen. Aber jetzt momentan, Sie sind ein junger Mann, Sie sagen selber, das ist nicht oft passiert, das ist nicht schlimm passiert. Da versuchen wir das erstmal so einzustellen. Sie kriegen Medikamente für die Blutgerinnung, dass sich da nicht so ein Blutgerinnsel bildet. Aber ansonsten müssen Sie einfach nur regelmäßig zum Hausarzt gehen und das abklären lassen. Dann dürfen Sie auch weiter kämpfen und Ihren Sport machen. Sie werden damit nur kein Extremsportler und kein Berufssportler, das muss Ihnen klar sein. Und wenn wir bei dem Punkt sind, Ihr Bruder wartet auch gerade draußen und ein bisschen gekränkt. Ich weiß nicht, ich wollte vielleicht ein paar Worte wechseln. Soll ich den mal vielleicht reinbitten? Ja, vielleicht ganz gut. Nach der Diagnose fand ich den Moment sehr passend, um den kleinen Bruder mit ins Zimmer zu holen. Einfach aus dem Grund, dass die sich mal aussprechen und das taten die dann auch. Neben einer Entschuldigung gibt es auch eine Erklärung für die Heimlichtuerei des 17-Jährigen. Weil sein älterer Bruder ihm nie zugetraut hat, dass auch Benni ein guter Ritter sein kann, hatte der Schüler vor, ihm das Gegenteil zu beweisen. Eigentlich wollte sich der Teenager nach dem Kampf zu erkennen geben. Doch da war Jens leider schon im Krankenhaus. Ich muss leider auch eingestehen, du hast gut gekämpft und ja, ich verstehe dich schon. Wolltest du dich da jetzt beweisen halt hauptsächlich. Vielleicht können Sie sich da ja auch irgendwie einigen, dass wenn Sie nicht mehr so viel können und so oft, dass Sie ihn vielleicht mal vertreten beim Kampf. Denke ich, könnten wir drüber nachdenken. Aber das würde ich sehr gerne machen. Dazu müsste ich dich allerdings erst, müsste ich dich erst noch zum Ritter schlagen halt. Ja, sehr gerne. Na komm, dann knie dich mal hin. In Ermangelung eines Schwertes muss eine Fernbedienung herhalten und aus Benni wird Sir Benni. Dessen großer Bruder Sir Jens durfte die Klinik nach vier Tagen wieder verlassen. Dank enger Kontrollen beim Hausarzt und der passenden Medikamente ist der 27-Jährige seitdem anfallsfrei und erfreut sich bester Gesundheit. Dessen